Aufgrund der demografischen Entwicklung, die wir in den letzten Jahren beobachten, nimmt der Anteil der älteren Bevölkerung immer stärker zu und mit dem Älterwerden der Menschen auch die urologischen Erkrankungen. Verschiedene urologische Erkrankungen wie Harninkontinenz, wie Prostataerkrankungen, wie Harnwegsinfektionen. Apogefa ist ein Familienunternehmen und wir sind das im doppelten Sinne. Zum einen sind wir familiengeführt, zum anderen sind wir sehr familienfreundlich. Im Netzwerk Biosexony sind eine Reihe von Firmen zusammengeschlossen. Zum einen etablierte Firmen, wie wir das sind, zum anderen Start-ups. Dieses Netzwerk bietet insofern allen Beteiligten vielfältige Kooperationsmöglichkeiten, die wir gerne nutzen. Dresden bietet mit seiner Exzellenzuniversität und einer ganzen Reihe von bedeutenden Forschungseinrichtungen eine Vielzahl an hervorragenden Fach- und Führungskräften. Dresden ist ein exzellenter Standort für Wissenschaft und Forschung. Wir haben eine Vielzahl hervorragender Forschungsinstitutionen in Dresden. Und wir haben eine Universität mit einem sehr guten Universitätsklinikum in Dresden, das sich darüber hinaus in räumlicher Nähe zu unserer Firma befindet. Dresden ist ein weiteres Kapitel. Untertitelung des ZDF, 2020